Also ich wurde gefragt, was ich gegen einen Mittagstief mache und meine Medizin ist ja bekanntlich Tanzen. Und ja, also ich ringe mich dann wirklich durch, auch wenn es mir schlecht geht oder ich deprimiert mal bin oder der Stress droht mich zu überrollen, dann mache ich gute Musik an und tanze. Musik Schütteln, singen, juhu!